Seit anderthalb Wochen laufen die Berliner Tanztage. Das alljährliche Festival in den Sophien-Sälen bietet dem Tanznachwuchs der Stadt eine Plattform. Und der nutzt die Gelegenheit, tänzerisch zu verarbeiten, was ihn umtreibt. Es geht um Reizüberflutung und chronische Müdigkeit in einer Highspeed-Gesellschaft, um Entschleunigung, Erholung und Entspannung. Die Tanztage Berlin laufen noch bis Sonnabend. Das genaue Programm online unter sophiensäle.com.